Das ist der K&F Concept Black Mist und Variable ND-Filter. Wir schauen uns heute an, was der Filter genau macht und in welchen Situationen ich diese 2-in-1-Filter-Lösung sinnvoll einsetzen kann. Aber zunächst ein kurzer Hinweis. K&F Concept hat mir den Filter kostenlos zur Verfügung gestellt, um diesen Testbericht zu machen. Darüber hinaus habe ich keine Bezahlung erhalten und K&F Concept hat keinen Einfluss auf den Inhalt dieses Videos und bekommt es auch nicht zu sehen, bevor es veröffentlicht wird. Falls euch der Filter interessiert, habe ich für euch einen Link und einen Gutscheincode in der Videobeschreibung unten, mit dem ihr 5% sparen könnt, aber ich profitiere nicht davon, wenn ihr den Gutscheincode verwendet. Der erste Effekt ist der Black Mist-Filter in der Stärke ein Viertel. Dabei handelt es sich um einen Diffusionsfilter und verschiedene Hersteller verwenden unterschiedliche Bezeichnungen für Diffusionsfilter. Dieser heißt eben Black Mist. Black für die schwarzen Partikel, die in dem Filter eingearbeitet sind und den Diffusionseffekt erzeugen und Mist, weil der Effekt den Anschein erwecken kann, als hätte man im Nebel fotografiert oder gefilmt. Diese Filter gibt es üblicherweise in den Stärken von einem Achtel bis 1 und je größer die Zahl, desto stärker der Effekt. In Kombination mit dem variablen ND-Filter ist bisher aber nur die Stärke ein Viertel von K&F-Konzept erhältlich. Diffusion kann man nicht nur durch schwarze Partikel im Glas schaffen. Viele Fotografen verwenden Do-it-yourself-Lösungen, wie zum Beispiel einen UV-Filter mit Haarspray einzusprühen und die durchsichtigen Partikel dieses Sprays erzeugen ebenfalls einen Diffusionseffekt. Die Art und Dichte der Partikel auf der Oberfläche haben unterschiedliche Auswirkungen auf Bildschärfe und Kontrast eures Objektivs durch die unterschiedliche Lichtstreuung und Filterhersteller wie K&F-Konzept versuchen eine möglichst attraktive Balance dieser Effekte zu erreichen. Durch den Filter wird der Kontrast verringert, das heißt dunkle Bereiche werden leicht aufgehellt, Highlights werden reduziert und es bilden sich Lichthöfe um die Highlights, wenn sich die Lichtquellen im Bildausschnitt befinden. Aber auch wenn sich die Lichtquellen außerhalb des Bildausschnitts befinden, wirkt sich das Streulicht auf das Bild aus und bewirkt einen traumhaft erscheinenden weichen Pastelleffekt. Durch den geringeren Kontrast und die reduzierte Bildschärfe wirkt die Haut bei Portraits etwas weicher und auch wenn sich reduzierte Bildschärfe und Kontrast erstmal etwas negativ anhört, ist das gerade der Sinn und Zweck dieser Filter, denn moderne Objektive sind so gut geworden, was diese Eigenschaften angeht, dass ein eigener Bildcharakter, älterer, nicht perfekter Objektive nicht mehr vorhanden ist. Daher kannst du mit Diffusionsfiltern sehr einfach Einfluss auf die Bildwirkung nehmen, wenn dir dieser Look gefällt. Im Allgemeinen wirkt damit alles etwas filmischer. Bei Filmproduktionen über weite Strecken der letzten 100 Jahre nicht mit Objektiven, mit perfekten optischen Eigenschaften gedreht wurden. Der zweite Filter ist der Variable ND-Filter. Variable ND-Filter bestehen im Prinzip aus zwei Polfiltern, die gegeneinander verdreht werden, was gegenüber fixen ND-Filtern mit einer festgelegten Stärke schon mal den Nachteil hat, dass du nie genau weißt, wie stark genau der Abdunklungseffekt bei welcher Drehstellung ist. Der große Vorteil ist aber, dass du schnell die Belichtung anpassen kannst, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern oder du die Kameraeinstellung veränderst, ohne den Filter wechseln zu müssen. Der Filter, den ich hier habe, ist ein ND-2 bis 400 Filter, was einer Reduzierung der durchgelassenen Lichtmenge zwischen einer bis zu fast neun Blendenstufen entspricht. Hier gibt es aber noch zwei weitere Varianten, ein ND-2 bis 32 und ein ND-8 bis 128 Filter in Kombination mit dem Blackmist-Filter. Übliche Auswirkungen auf die Bildqualität, die bei variablen ND-Filtern zu erwarten sind, ist zum einen die ungleichmäßige Abdunklung über das gesamte Bild hinweg, je stärker abgedunkelt wird, und zum anderen Farbverschiebungen. In meinen Tests performt der Filter aber sehr gut und das Bild ist bis zu acht Blendenstufen sehr gleichmäßig. Ab hier ist allerdings bei einer weißen Fläche eine leichte Abschattung an zwei gegenüberliegenden Ecken zu erkennen. Bei den fast neun Blendenstufen der als maximale Abdunklung beworbenen Einstellung ist der Effekt dann noch etwas stärker, in der Praxis dann aber natürlich so deutlich nur in gleichmäßig beleuchteten und gefärbten Flächen zu beobachten. Kommen wir nun zu den Farbverschiebungen. Der Filter wärmt das Bild um etwa 500 bis 600 Kelvin auf. Bei nachträglichem Weißabgleich oder bei manuellem Weißabgleich schon vor der Aufnahme sind die Farben dann aber nahezu identisch. Dass die Farben alle leicht entsättigt sind, liegt am Blackmist-Filter. Abgesehen davon kann ich mit bloßem Auge aber keine Farbverschiebungen erkennen, was ein großes Plus ist. Der Filter hat eine niedrige Bauhöhe, was eine Vignettierung verhindern sollte, und in der Tat bei meinem weitwinkligsten Objektiv, an dem man einen Schraubfilter anbringen kann, dem 20mm 1.8 von Sony, kann ich auch bei der Nutzung mit dem Step-Up bringen, da ich den Filter von 82 auf 67mm des Gewindes am Objektiv bringen muss, keine Randabdunklung feststellen, genauso wie bei dem 24-70 von Sigma, bei dem ich den Filter direkt draufschrauben kann. Damit ich mir einen Filter nicht mehrfach zulegen muss, würde ich einen Filter aber immer in der Größe meines größten Objektivs kaufen und mit dem Step-Up-Ringen auf andere Filtergewinde durch Messer adaptieren. Und dadurch, dass der Filter seine geriffelte Struktur hat, lässt er sich leichter als andere Filter, die eine glatte Oberfläche haben, auf die Ringe schrauben und vor allem leichter von den Ringen wieder lösen. Und wo wir gerade bei der Verarbeitung angekommen sind, die Verarbeitung des Filters finde ich sehr gut, das Drehen des Filters ist, würde ich sagen, angenehm schwergängig und durch diesen Orangenhebel sehr einfach zu greifen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass wir auf der einen Seite diese Markierung haben, aber je nachdem, wie das Gewinde am Objektiv gebaut ist, kann es sein, dass sich die Markierungen im aufgeschraubten Zustand unten am Objektiv befinden und da sich der Filter unendlich drehen lässt und keine Begrenzung eingebaut hat, muss man wirklich drauf schauen bzw. eben je nach Objektiv drunter schauen, um zu sehen, bei welcher Einstellung man sich befindet oder ob man sich überhaupt in der Skala bewegt. Hier hätte ich es praktischer gefunden, wenn es feste Begrenzungen geben würde, damit es gar nicht erst möglich ist, den Filter zu überdrehen. Geliefert wird der Filter mit so einer Tasche in Lederoptik, die noch ein Band hat, um den Filter einfacher rauszukriegen. Das hat mich sehr positiv überrascht, da alle meine bisherigen Filter, auch teurere, mit irgendeiner Art Plastikkülle geliefert wurden. Jetzt stellt sich noch die Frage, wann du diese Filterkombinationen sinnvoll einsetzen kannst und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fotografiere grundsätzlich lieber mit festen ND-Filtern, um Ergebnisse einfacher reproduzierbar zu machen. Was die Bildqualität angeht, mache ich mir angesichts der guten Ergebnisse mit diesem ND-Filter nicht mehr so viele Gedanken und ich muss sagen, dass ich dann doch ganz gerne damit fotografiert habe, weil es halt doch schon recht praktisch ist, mal eben die ND-Stärke zu verändern. Die fallen bestimmt selbst ein paar Anwendungsgebiete für dich ein, aber ich zeige dir mal zwei Beispiele, die ich für mich ausprobiert habe. Als erstes haben wir eine Langzeitbelichtung. Das ist das Bild ohne den Filter und mit dem Filter sieht das Ganze dann so aus und ich habe hier statt 10-15 Sekunden belichtet, was mir mehr Chancen gibt, ein paar mehr dieser Lichtstreifen der vorbeifahrenden Autos einzufangen. Und durch den Black Mist Filter wurde der Kontrast hier sehr schön verringert. Die Highlights sind ein bisschen reduziert worden, weniger hier in den Straßenlaternen. Die sind, glaube ich, auf beiden Bildern ausgebrannt. Aber wo man es ganz gut sieht, ist hier auf der Straße, das geregnet hat, ist die Spiegelung dann doch sehr stark und wir sehen dann hier mit Filter und hier ohne Filter und das sieht etwas, finde ich, besser aus bei dem Bild mit Filter. Ansonsten wurden die Schatten etwas aufgehellt. Hier ist mit dem Filter und hier ohne. Und was man hier eben auch sehr gut sehen kann, sind die Lichthöfe um die Straßenlaternen herum. Bei dem Bild ohne Filter sieht man hier einen sehr gut definierten Sonnenstern oder Blendenstern. Und bei dem Bild mit dem Filter ist das Ganze etwas diffuser. Ich habe hier noch ein zweites Beispiel, da kann man das auch nochmal ganz gut sehen. Hier haben wir den Blendenstern. Ich mache es mal etwas kleiner. Und hier mit Filter. Und bei dem Bild, finde ich, sieht man noch ein bisschen deutlicher, wie stark die Kontrastreduzierung auf das Bild auswirkt. Hier ist mit Filter und hier ohne. Mit Filter und ohne. Eine weitere sinnvolle Verwendungsmöglichkeit für mich sehe ich, wenn ich Porträts bei strahlendem Sonnenschein fotografieren will, mit geringer Schärfentiefe und eben diesen Black-Mist-Effekt haben will und mit Blitz fotografieren will. Nehmen wir an, bei einer Blende von 1.4 habe ich bei einer 4.000 den Hintergrund korrekt belichtet. Das Model ist aber im Schatten und ich möchte es mit dem Blitz noch etwas auffällen. Dann kann ich das zwar auch tun bei den meisten aktuellen Blitzen, die High-Speed-Sync unterstützen. Wenn du einen Blitz hast, der das nicht kann, dann bist du an die maximale Blitz-Synchronzeit deiner Kamera gebunden, was bei mir eine 250 ist. Und du müsstest dann wie in meinem Fall mit einer 250 belichten. Wodurch das Bild natürlich total überbelichtet wäre. In dem Fall brauchst du dann einen ND-Filter, damit das Bild nicht überbelichtet ist. Selbst wenn ein Blitz aber High-Speed-Sync kann, kann es noch sinnvoll sein, trotzdem nur mit der maximalen Blitz-Synchronzeit deiner Kamera zu blitzen. Denn wenn du High-Speed-Sync nicht einsetzt, ist der Blitzen einen stärker und es schont den Akku des Blitzes. Das Szenario hätte ich dir gern noch gezeigt. Allerdings sind wir gerade im April und das Wetter war uns leider nicht gnädig. Deswegen habe ich das mit der lieben Ann-Kathrin im Studio nachgestellt. Die Sonne habe ich mit einem hellen LED nachgestellt, das sich direkt außerhalb des Bildausschnitts hier befindet. Und das Ganze habe ich noch ein bisschen greller gemacht mit einer ISO von 1600. Und hier ist das erste Bild ohne Filter. Und wir sehen hier, dass der Kontrast zwar nicht der allerbeste ist, und wir haben hier auch so einen leichten Lens-Flair, weil eben das Licht direkt in das Objektiv scheint. Aber im Vergleich mit dem zweiten Bild mit dem Filter hier sehen wir nochmal, dass der Kontrast nochmal deutlich reduziert wurde und sich das Licht quasi wie so ein Nebelschlei über das gesamte Bild legt. Und das Ganze mit Blitzaufgeld sieht dann so aus. Und ich finde, mit dem Filter bekommt man sehr weiche, traumhaft erscheinende Porträts hin. Und auch die Haut sieht etwas weicher aus. Alle Bilder, die ihr heute gesehen habt, die waren ohne Bearbeitung direkt aus der Kamera. Ich finde den Filter auf jeden Fall sehr nützlich und ich hoffe, dass ich auch bald mal ein paar Porträts bei Sonnenschein damit machen kann. Und für Fototouren, für Langzeitbelichtungen wird er ebenfalls in meinem Kamerarucksack landen. Und für Langzeitbelichtungen brauchst du auch ein Stativ. Und falls du dich für ein richtig gutes interessierst, solltest du dir noch unbedingt dieses Video anschauen.